Hallöchen zu einer weiteren Folge von mir in Star Wars Outlaws. So, ich befinde mich ja hier, ne? Und habe überlegt, wie ich irgendwie hier weitergekomme. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass da vorne nichts mehr sein wird. Sondern, dass ich hier irgendwas machen muss, ne? Da kann mir ja einer erzählen, was er will, ne? So, Nächstfähigkeiten. Genau. So, da hatten wir ja das Eigen gesammelt. Jetzt sind wir ja hier. Oh, was ist das denn? Warum habe ich das beim ersten Mal hier nicht gesehen, wo ich hier war? Okay. So, ich hier jetzt hinlaufen? Oh, 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 okay. Wo muss ich aber hin? Wo muss ich hin? Äh, nix. Geht's dir gut? Tut dies aus der Dörfer. Was? Was ist hier? Oh, los, 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 los. Wir sind scheinbar hier durch, würde ich sagen. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Okay. 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 Was sind wir denn hier gelandet? Guto? Sieh dir das an! Das habe ich aber gebraucht. Erwachsener Ammering. Wer gibt's denn hier? Okay. Äh. Hier war nur ein Schatz. Wo müssen wir hin? Oh, hier ist das Ding. Fähigkeit freigeschaltet. So, und zwar... Finde Behälter. Verschiedene Möglichkeiten in den nächsten Gegens stattbringen. Es gibt optische und akustische Tipps, wenn Behälter in der Nähe sind. Nahbehälter werden außerdem durch Drücken markiert. Okay. Okay. Nice. Das läuft auch, würde ich sagen. Äh, MG2 Energiefokus. Grobtuch, elastischer Durastoff. Okay. Okay. Achso, hier eine Ausrüstung hatten wir ja noch. Diese Talisman. Jetzt haben wir hier einen bewachsenen Ammering. Erhöht die Gesundheit. Äh, halte eine große Menge Adrenalin, wenn du einen beträchtigen Teil deiner Gesundheit verlierst. Was haben wir hier? Ja, was denkst du denn? Gesundheit ist immer wichtig. Information geklärt. Kompressor für Rauchbomben. Äh, wir müssen noch kurz nochmal, glaube ich. Ne, hier steht nichts mehr. Muss ich jetzt, äh, wahrscheinlich für den Blaster, ne? Blaster. Jo. Oder war das... Was? Kompressor für Rauchbomben. Rauchbombe. Zwei von drei. Schatz geborgen. Haben wir jetzt alles gemacht? Jo. Ne, scheinbar ist da auch noch einer, ne? Schmuggelatore. Achso, heißt das Ganze nur. Okay. Ja, ist natürlich klar, dass unser Speedster hier oben steht, ne? Wollt ihr mich mal ohne pipeln? Ja, und das ist die Lösung gewesen. Oh, und ich hab da weiß ich wie viel... Also, ich will nicht sagen, eine Stunde dran rumgesucht. Doch, ich glaube, es war eine Stunde. Ähm. Was wollen wir eigentlich als nächstes machen? Warte mal, Datenbank, Sammelobjekte. Nix. Geheimnis Amulett. Ein Pike Amulett, mit dem man alle möglichen Dinge schmuggeln kann. Nix gefällt offenbar, wie das Metall schimmert. Okay. Aber... Ich wundere gerade, dass in den Tutorials nix ist. Okay. Mein Kopf schon wieder so... Sorry, wenn das jetzt gerade ein bisschen dauert. Mein Kopf ist jetzt gerade so... Wie geht das mit den Rauchbomben weiter? So. Das ist jetzt hier mir noch zwei komische MG2-Energiefokus-Dinger. Hau in imperialen Gebieten oder in Schmuggler verstecken. Kann bei Waffenschmieden gekauft werden. Moment. Äh, falscher Button. Doch, Karte. Waffenschmied ist doch hier in Mirogana gewesen. Waffenschmied. Doa. Da haben wir einen. Wir kommen am schnellsten jetzt zu ihm hin. Schnellreise. Also haben wir endlich das Ding da gelöst. Äh... Wir müssen einmal... Und da irgendwie... eine Treppe runter. Und dann hier lang. Ja. Und dann müssen wir, glaube ich... Hier war das rein. MG2. Aktivierungsmodul. Strahlen. MG2-Energiefokus. Zwei brauchen wir. Zurück. Bis demnächst. Bis dann. Bereit zum... Freischalten. Die Fähigkeit. So. Drücke das und das. Und eine dichte Rauchwolke erzeugen, um die Gegner die Sicht zu nehmen. Jo. Sehr schön. Oh Gott. Ich hasse das ja, ne? Wenn ich... So. Was haben wir hier noch? Wir müssen noch diesen... Elastischer Dura-Stoff. Dura-Faser-Stoff. Entschuldigung. Hm. So. Was haben wir bei ihm eigentlich? Fertig. Wir gesegneten Gegner, die unter Einschluss vom Beschwatzen stehen. Plappermaul. Das heißt, wir müssen sechs Leute, die so sind, müssen wir hier... Äh... Ein bisschen bequasseln. Dann haben wir den fertig. Und was haben wir bei ihr noch? Okay. Schließe abgelenkte Gegner mit einem Blaster an dieser... Schließe einen Infiltrationsauftrag ab. Okay. Dura-Stahl. Ion-Kapazität... Ion-Kapazitator-Ladung. Oh Gott. Akkubeschleuniger. Das Semper lagert Ion-Kapazitator-Ladung in einer Anlage im Geröllwald von Toshara. Auf Karte anzeigen. Was ist denn der Geröllwald? Geröllwald. Hier ist eine Anlage. So, eine Konsole. Schmuggler-Tor. Zehn Schätze habe ich hier noch nicht entdeckt. Ist ja crazy. Das Schlimme ist nur, du weißt dann nicht, ob du die schon hattest oder noch nicht hattest. So, und wir müssen hier jetzt zur Hauptquest, würde ich sagen. Oder... Lagert eine beschlackte Lieferung Ion-Kapazitator-Ladung in einer Anlage im Geröllwald? Lagert die das echt da? Okay, dann könnten wir theoretisch das klauen. Ja, okay. Ich überlege aber gerade. Eine Bande Schiffsdiebe berührt von einer lokalen Werkstatt heraus. Gesucht wird einem herausfinden, was ihr nächstes Ziel... Karte anzeigen. Folgen. Ja, das ist hier, das hier. Ja, und das Hoffnung. Schnellreisung. Ja, und das Hoffnung. Entschuldigung. Die Schnellreise ist jetzt verfügbar. Nice. So, das heißt, ich muss jetzt erstmal hier wieder hin. Ich habe Bock, irgendwie Aufträge zu machen. Das ist mein Problem gerade. Ich mache hier eine Schnellreise hin und dann düse ich da hin. Wo ist der Gleiter? Ist egal, dass ich den Gleiter erst ab hier rufen kann. Bist du bereit? Ich stelle mich so... Ich krieg das nie hin. So, und go. Das finde ich übrigens schade, dass der Fotomodus nicht... äh... so funktioniert... wie... ähm... zum... ja... äh... in Dings... in den Assassin's Creed spielen. Da konnte man nämlich, wenn man beide... äh... so drückt, könnte man das aktivieren. Puppen... so... der Ingel dann dahin. Uh... das war knapp! so moment ich werde es mal gucken schnell ich musste links links ist am besten also wenn ich eins kann dann ist das nicht fahren muss ich denn hin ich muss hier irgendwo den eingang finden finde ein verschmelz mit dem schatten nix so in irgendein gerät irgendwo anbringen das kann was werden vor allem wenn ich jetzt hier rumlaufen was gott Ich muss mich nicht wiederholen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ist jemand in der Nähe? Da kriege ich Hilfe. Da draußen ist etwas. Irgendwas stimmt da nicht. Was siehst du? Oh nein, danke. Siehst du was? Ist gut. Oh Gott. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Das ist das Ding, was ich habe. Oh Gott. Nein, da war auf jeden Fall etwas. Ist hier jemand? Hm. Nur auf jeden Fall. Oh. Hast du was, Kleiner? Was geht hier vor? Irgendetwas stimmt hier nicht. Was siehst du? Sekunde. Hey, verschwinde dort! Was? Ich halte besser mal die Augen auf. Ist jemand in der Nähe? Da draußen ist etwas. Da ist noch was, Frau. Was geht hier vor? Was ist denn, wenn ich mich in einem Ort an das Gerät anzubringen? Irgendetwas stimmt hier nicht. Ist jemand in der Nähe? Klingt gut. Ich hätte schwören können, dass da was war. Siehst du was? Hm. Nur für den Fall. So. Sieht gut aus, aber bleibt in der Nähe. Ist hier jemand? Hier schreicht doch jemand rum. Ich überlegte, da steht, finde ein Ort, um das Gerät anzubringen. Da steht aber nicht. Oh. Also, ich sehe jetzt keine... Vielleicht ist es nichts, aber bleibt wachsam. Äh. Was siehst du? Da draußen ist etwas. Hol sie dir, Kumpel. Was ist das? 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 Sehr gut. Sehr gut. Das fällt mir nicht. Ist jemand in der Nähe? Ist jemand in der Nähe? Jetzt noch nicht auf dem Ex-Aber das? Das müsste es sein. Da müssen wir rein. Da müssen wir rein. Na schön. Du hast es geschafft. Die Kredite sind auf dem Weg zu dir. Äh. Müssen wir den eigentlich noch hacken? Äh. Okay. Der war da. Der war da. Und der war da. Und der war da. Dann ist der da. Der ist da. Und der ist da. Aber hier waren wir doch schon, ne? Hörter mein, hier ist ja da nichts mehr. Aber wir sollten das Gerät da wohl anbringen. Das ist doch mal so faul. Ja. Was siehst du? Ich vermute mal, alles ist sauber. So, wir holen jetzt wieder ab. Immer noch nichts. Denn scheinbar haben wir es geschafft. Verlasse das Gebiet. So, und wir gehen hin. Wieder hier lang. Weil hier war das ja. Na, du? Na, du? Alles fertig. Bereit, nix? Bereit, nix? Damit hab ich nix zu tun gerade erst mal. Ne, 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 ne. Das mach ich nicht nochmal. Wegpunkt entfernen. Hier ist jetzt dieses Piratenhörfall, ne? Der Lille, ja, ja, ich weiß. Aber nee, danke. Ähm. Werkzeuge. Damals sind nämlich die Hauchbomben. So. Journal. Was kann man jetzt noch machen? Pikes in die Kart. Tresorraum. Die Pikes, da sind denn die, die mini-mögen? Zu Schala-Orbit. Verlorene Weltraumfracht. Wackhaufen. Die Wacht können wir nicht, dass Süßlügelnests gelöst haben. Dann würde ich sagen, Können wir das machen? Und. Ja, ich vergesse das immer. Ich kann das ja so machen. Äh, so. Äh, Schnellreise und dann dahin. Dann würde ich sagen, verlassen wir den Orbit. Sprich, machen wir uns auf den Weg dorthin. Und auf geht's. Na schön. Dann legen wir mal los. Ja, ich vergesse das. Ja, ich vergesse das. Aber wie das ausgeht, sprich ob ich das schaffe oder so, das zeige ich euch in der nächsten Folge. In dem Sinne, bleibt dran und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne!